Ja, Servus, es ist genau eine Woche vor Weihnachten und wir wollen mal schauen, was die Shaper Crew hier schon aufgestellt hat. Wir haben gehört, es ist schon in Kleinigkeit da und die Shaper haben gesagt, sie sind zuversichtlich, dass bis Weihnachten fast der ganze Park stehen wird. Deswegen machen wir jetzt den First Check und ich würde sagen, Fabi und ich checken das jetzt mal aus. Ja, Servus, es ist schon in Kleinigkeit. 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 Ja, Servus, es ist schon in Kleinigkeit.